Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Heute mal wieder eine digitale Fraktionssitzung. Wir haben da mittlerweile ja auch Übung drin. Heute Abend auch eine digitale Weihnachtsfeier. Das erste Mal in der Geschichte der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Themen diese Woche natürlich die Nachbereitung der Ministerpräsidentenkonferenz. Wir sind sehr zufrieden damit, dass jetzt konsequente Maßnahmen ergriffen worden sind, die wir auch unterstützen. Wir werden sicherlich auch noch mal über die Überbrückungshilfe 3 reden. Das heißt über die Entschädigung des Einzelhandels. Uns als Unionsfraktion ist es wichtig, dass die Gelder zumindest als Abschläge dann auch zügig fließen, damit im Einzelhandel keine Liquiditätsnachteile entstehen. Es wird auch zu berichten sein über den europäischen Gipfel. Der ist sehr erfolgreich gewesen. Die deutsche Ratspräsidentschaft, die Bundeskanzlerin, sie haben gezeigt, dass wir auch schwierige Sachen zusammenbinden konnten. Wir haben eine Einigung im finanziellen Bereich, was uns auch ganz besonders wichtig ist. Wir haben jetzt einen Pfad zur Erreichung unserer Klimaziele. Das Thema, was noch offen ist, das lag aber nicht in der Macht des Gipfels, ist das Thema Brexit. Und hier auch ein dringender Appell auch an die britische Regierung, sich da jetzt noch zu bewegen. Ich glaube, es ist besser, ein Abkommen zu haben, als kein Abkommen zu haben. Und vor dem Hintergrund sind da die Verhandler noch sehr gefordert. In der Plenarwoche werden wir natürlich weiterhin laufendes Geschäft haben. Wir haben schon in der letzten Woche in den Ausschusssitzungen das Jahressteuergesetz beendet und fertig bekommen. Das wird diese Woche in die zweite und dritte Lesung hineingehen. Was mir persönlich auch wichtig ist, auch das Arbeitsschutzgesetz zum Thema Werkverträge ist in dieser Woche in der zweiten und dritten Lesung. Und wir haben, und das war noch ein wirklicher Akt, auch im Bereich erneuerbaren Energie gesetzt, eine Lösung. Und auch Gast geht in die zweite und dritte Lesung, genauso wie Vorschriften zum Thema Insolvenzrecht. Das heißt also, trotz Pandemie, wir arbeiten weiter an den Dingen, die auch wichtig für die Zukunft des Landes sind. Ich denke mal, wir haben einige Höhen, aber auch einige Tiefen durchschritten. Und wir glauben, dass wir jetzt aber die Voraussetzungen geschaffen haben, dass das Jahr 2021 ein besseres Jahr wird mit dem Impfstoff, aber auch mit verschiedenen anderen Maßnahmen. Und insofern blicken wir optimistisch in die Zukunft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017